Meine Lebensreise führt mich, wenn ich meinen Impulsen folge, in Situationen, die mich beschenken. In Begegnung, in Synchronicitäten, in Fügung hinein. Die Langlebigkeitsstudien, die weltweit gemacht werden und die, die über 20, 30, 40 Jahre gehen, und Heidelberger Institut und andere kommen zu dem Schluss, dass das entscheidende Faktor, der entscheidende Faktor ist nicht Zigaretten oder keine Zigaretten, Alkohol oder kein Alkohol, sondern etwas, was sie umschreiben mit Well-Being. Well-Being ist genau das, was Herzkohärenz herstellt, nämlich ein sich im eigenen Körper, im Herzen angekommen und zu Hause fühlen, eine Fokusverlagerung aus den wertenden Instanzen des Verstandes, der Analyse seziert, vergleicht, in die näherenden Felder des Herzens. Und das ist etwas, wozu wir uns entscheiden können. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass viele Menschen, insbesondere auch in spirituellen Feldern, nicht wirklich ganz im Körper sind. Ich würde sogar so weit gehen, mich hinreißen zu lassen, zu sagen, es gibt keinen einzigen vollständig inkarnierten Menschen auf dieser Welt. Aus meiner Perspektive gibt es viel größere Grade von Anwesenheit in diesem Körper, sozusagen der Verkörperung der Seele, als wir sie zu diesem Zeitpunkt individuell und kollektiv leben. Ich selbst bin über einem Traum, dem ich gefolgt bin, ich bin also der Wahrheit eines Traumes gefolgt, nach Hawaii gekommen. Um den Traum kurz zu teilen, ich teile immer wieder auch Träume oder Ereignisse aus meiner Biografie, um deutlich zu machen, wie viele Schritte, wie viele Entscheidungen, wie viele Impulsen, die wir folgen können, notwendig sind, um in einen bestimmten Raum hineinzufinden. Ich träume mit Mitte 30 folgenden Traum. Ich gebe ein Teaching vor ca. 200-300 Menschen in einer großen Halle. Ich sage eine Übung an und ich stelle fest, die Vibration in der Halle ist nicht so, wie sie sein könnte. Da fehlt etwas an spiritueller Energie, was sonst da ist. Ich werde nervös und unruhig und wie so häufig in solchen Fällen steht plötzlich dieser weisshagige Mystiker an meiner Seite, legt eine Hand auf meine Schulter und sagt, relax, entspann dich, Thomas. Sag einfach eine Pause an, dann machst du die Übung und die und dann wird es genauso laufen, wie wenn du es anders gemacht hättest. Und ich sage, wirklich? Ja, wirklich. Sag die Übung an, der ganze Raum vibriert von spiritueller Energie. Dann sagt er, und jetzt will ich dir etwas zeigen, führt mich in eine Abseite dieser Halle, die nicht einsehbar ist und dort macht er ein Heilritual für eine Frau. Sie sitzt auf einem Meditationskissen, er sitzt vor ihr, dahinter ein männlicher Heiler, die Frau hat eine Hand nach vorne, eine nach hinten und er legt fingertip on fingertip und schickt eine Art Strom durch diese Frau hindurch. Sie wird ohnmächtig und während sie ohnmächtig ist, das scheint das Normalste der Welt zu sein, gibt es ein Heilritual, das er durchführt und er wendet sich zu mir, während er das macht und sagt, Thomas, kannst du, während ich dieses Heilritual durchführe, die Aura in meiner Aura lesen? Ich sage, tut mir leid, beim besten Willen, ich kann keine Aura sehen. Er sagt, doch, das kannst du. Ich sage, nein, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Ich sage, nein, das kann ich nicht. Immer lauter, warum probierst du es nicht einmal? Da denke ich, okay, bevor ich mich mit dem anlege, werde ich es probieren. Ich stelle meine Augen scharf, unscharf, scharf, unscharf, lasse sie ganz sanft werden und ich sehe tatsächlich plötzlich die Aura zum ersten Mal und ich sehe in der Aura ein dunkelhäutiges Gesicht mit langen schwarzen Haaren mir freudvoll zuwinken und wache auf mit der Impression, das ist ein Hawaiianer gewesen und beschließe aufgrund dieses Traumsegments drei Wochen später nach Hawaii zu fliegen. Was wiederum einige Jahre später zu meiner Wahlheimat wird. Auf Hawaii treffe ich das Gesicht aus dem Traum. Wie kann das sein? Wie können wir Menschen träumen, die wir noch nie vorher gesehen haben und sie später dann eins zu eins live in Farbe treffen? Ein sogenanntes Déjà-vu. Er heißt Alan Alapai, er ist ein Kahuna. Seine Großmutter hat ihn aus zwölf Geschwistern ausgewählt, die Heiltradition seines Volkes, seines Dorfes weiterzuführen und er gibt fünfstündige Königs- oder Häuptlingmassagen und ich nehme eine dieser Erfahrungen. Wie eine Einweihung ins uralte Hawaii, aber mehr noch für mich wie eine Rückverbindung meiner Seele in meinen Körper. Seine Arbeit besteht darin, die Menschen zurückzuführen aus den mentalen Feldern, aus den emotionalen Verstrickungen in ihr ursprüngliches Angebundensein, welches er Babyboy oder Babygirl nennt. und zwei Stunden in dieser Erfahrung hinein sage ich ihm, ich habe dich in meinem Traum gesehen und du hattest, er hat ganz kurze Haare und ich sage ihm, vor drei Wochen geträumt, aber du hast ganz lange schwarze Haare gehabt. Da schießen ihm die Tränen in die Augen und er sagt, mein Bruder, das hatte ich vor drei Wochen noch. Ich habe sie mir erst vor ein paar Tagen abgenommen und wir fallen uns in die Arme wie zwei Brüder, die sich wiedergefunden haben. Meine Lebensreise führt mich, wenn ich meinen Impulsen folge, in Situationen, die mich beschenken. In Begegnung, in Synchronicitäten, in Fügung hinein. Und ich möchte jeden Einzelnen, jeder Einzelnen ermuntern, auffordern, diesen Inspirationen doch zu vertrauen und zu schauen, wohin sie dich führen werden und sei es einmal um den halben Globus herum. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal, denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren. Bis zum nächsten Mal.